Ich frage mich halt, ob da was rauskommen kann. Egal. Oh, es geht noch weiter. Okay, ich dachte, da wäre unser Level zu Ende. Das schreit doch. Oh, hi. Achso, die hat zwei Hirne, weil die auch einen fallen lässt. Ja, habt ihr das gesehen? Die setzt sich einfach den anderen Kopf auf. Die setzt sich einfach den anderen Kopf auf. Was zur Hölle? Watch your back, Kid. Ja, toll. Danke. Vielen herzlichen Dank für den Tipp. Oh Gott. Oh Gott. Ich hätte speichern sollen. Ah. Schroti Regen. Bam. Oh, ich hoffe, ich übersteuere nicht so furchtbar, wenn ich jetzt hier so in meinem Mikrofon schreie. Ja, Musik nach ist es noch nicht vorbei. Äh. Okay. Kann ich jetzt hier raus? Oh. Ich dachte, das wäre vorbei. Weißt du, ich dachte, das Level ist hier vorbei, dass es nur das kurze Info-Level ist. Aber nein. Da ist die letzte Geschichte. Alter. Oh, hi. Ich finde es schön, dass er da einfach sitzt. Uh. Entschuldigung. Ich habe nicht mehr gerecht, dass da noch jemand in den Weg. Oh, hallo. Hallo? Ah. Gut. Ja. Dich messer ich, Kollege. Was ist denn jetzt hier? Sind doch gar nicht auch noch welche. 100 pro spawnen hier gleich noch Gegner. Ja, war doch klar. Habe ich doch gesagt. Au, au, au. Ui. Ui. Oh, das sind aber viele. Wie viele sind es da noch? 10. Oh. Mein Gott. Uff. Oh, du kriegst ganz feuchte Händchen bei. Ai, 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 ai. Das ist schon ein bisschen doll. Ich wäre dankbar, wenn wir nicht wieder in irgendeiner kleinen Butze sind. Sondern, weiß ich nicht. Draußen, im Grünen. Ja. Na, soviel zu dem Thema. Das ist nicht gut. Wir wissen alle, was passiert. Wir wissen alle ganz genau, sobald ich diesen Schlüssel aufnehme. Ja. Bon, hier. Dicke Gegner. Ach, hei. Aber holy moly, der Soundtrack. Oh. Oh, hallo. Oh, das war das Pass. Er, geh weg. Neue Stufe. Guck mal, wir haben jetzt schon unser neues Upgrade. Ah, ich mag das Spiel. Oh ja. Ah, komm. Komm doch. Komm doch. Komm doch. Komm doch. Komm doch. Dein Schlimmster Albtraum bin nämlich ich. Ich doch. Die Armor nehmen wir mal schon mal. Oh Gott. Das kann nicht gut werden. Das wird gleich richtig schrottig. Pass mal auf. Egal. Let's go! Oh, das war voll daneben, der Schuss. Oh, 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 oh. Na komm, ich bin meine Fähigkeit. Yes, gib mir meine Fähigkeit. Let's fucking go. Wie das war's? Wie das war's jetzt? Das war noch nichts. Oh, das ist jetzt hier so ein Parcours-Level. Aber offensichtlich. Oh, lass mich raten. Wenn ich hier runterfalle, ist das ein Instant-Kill? Ziemlich sicher. Ja, Slow and Steady hat uns bisher ja weit gebracht. In diesem Spiel. Schnauze. Beschäftigt. Dafür ist natürlich die hier perfekt geeignet. Dieses Stück. Halt. Ich mag nicht, wo das geht. Nee, ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Wir wissen beide, dass das gleich ein Arena-Kampf wird. Na komm. Ja, komm. Jetzt fucking go. Wo sind die denn? Da. Sind die Gegner. Habe ich noch einen Chart? Ah, scheiße, ich muss natürlich wieder aufladen. Ah. Ja, komm. Oh. Zweite Richtung. Komm, gib mir mehr. Gib mir mehr. Jetzt scheitert wieder an den Distanz-Zielen. Mein Gott. Wo ist der Letzte? Gängt doch noch irgendwo einer rum. Ah, das war's doch nicht. Ah. Fuck yes. Do I have everybody's attention now? Fuck yes. Das war geil. Ich sehe, ich wünsche dir jedes Arbeiten großgeschrieben. Jod, Warnung. Verzerr kann zu akuten Durchfall und zum Tode führen. Aha. Oh, guck mal, das sind jetzt Ärzte. Die haben ein Skin. Ah. Kollegen. Moin. Ich bin gekommen, um mit ihnen über, weiß ich nicht, neuste Methoden zur Ausweitung zu reden. Lobotomie. Ja. Lobotomie, ein großer Fan von hier. Persönlich. Hatte schon fünf. Hi. Oh. Okay. Cool. Klassiker. Montagmorgen auf Arbeit. Ich höre dich doch. Ja, na sicher. Oh, guck mal. Da ist ja noch mehr. Himmel. Hö, 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 hö. Das steht so jetzt aber auch nicht im Eil des Hippokrates drin. Tentakel. Tentakel. Hentai-Porn. Schau, die ist ja nichts drin. Da ist die Nachtschwester drin. Und es ist Nachtwirt, dann fährt das runter und dann kommt die raus. Mamo und so. Och, nö. Doom ist ja das Schlagwort. Nix. Wird mal ganz kurz laut. Oh, oh. Och. Oh, oh. Ich habe mich auch den Gehen. Ah! Äh... Ähm...